Balingen im Fokus der Welt. Zum fünften Mal ist die World Press-Foto-Ausstellung in der Stadthalle zu sehen. Mehr als 60.000 Fotos wurden in den Wettbewerb um das beste Pressefoto des Jahres ins Rennen geschickt. Ausgezeichnet wurde aber ein Bild mit einer traurigen Geschichte. Gaza-Israel-Krieg, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der Klimawandel mit all seinen Facetten. All das sind einige der Themen der diesjährigen World Press-Foto-Ausstellung in Balingen. Das diesjährige Siegerfoto, ausgesucht aus mehr als 60.000 Fotos, zeigt eine palästinensische Frau, die ihre tote Nichte im Arm hält. Geschossen wurde das Foto im Gazastreifen vom Fotografen Mohammed Salem. Es soll das Leid der Menschen vor Ort beschreiben. Seit dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas, bombardiert Israel den Gazastreifen. Auch Kerstin Wagner, die in der Balinger Stadthalle arbeitet, war sich im Klaren, dass dieses Foto eine gute Chance hat, das World Press-Foto of the Year zu werden. Als ich die Preisträgerfotos gesehen habe, war mir sehr klar, dass es dieses Bild werden wird. Und ich war mit dieser Meinung in unserem Führungsteam auch nicht alleine. Das ist einfach stark, dieses Foto in seiner Trauer, in seiner Intimität auch. Und ja, es ist universell. Auch Themen wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Hilflosigkeit der Zivilbevölkerung von Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban werden thematisiert. Oder auch das Erdbeben in der Südtürkei und in Syrien, wo tausende Menschen ihre Heimat verloren haben. Auf diesem Bild ist zu sehen, ein Vater, der in den Trümmern die Hand seiner Tochter hält. Verzweifelt wartet er auf Hilfe von internationalen Kräften. Neben den Kriegen der Welt beschreibt die Ausstellung die Hoffnung vieler Menschen, wie weitermachen nach diesen Tragödien. Vor allem auch junge Menschen sollten sich diese Ausstellung ansehen, so Kerstin Wagner. Es seien Themen, die uns alle angingen. Es ist Krieg, es ist der Klimawandel da. Es sind aber auch gesellschaftliche, soziale Themen, die hier berührt werden. Wir haben Demenz, wir haben Krebserkrankungen, was das eben auch mit einem Familienverbund macht. Und das sind Themen, die uns als Menschen angehen und nicht kalt lassen sollten. Weil wenn wir uns mit diesen Themen nicht mehr auseinandersetzen, dann verlieren wir das, was uns Menschen ausmacht. Trotz der schlimmen Ereignisse, die derzeit auf der Welt passieren, hat die World Press-Fotoausstellung auch positive Bilder ausgestellt. Wie zum Beispiel die Artenvielfalt. Die Ausstellung beginnt mit einem Einführungsfilm. Dieser zeigt, wie die Jury die Bilder auswählt. Das sind alles Profifotografen. Alle Bilder waren auch schon mal veröffentlicht in irgendwelchen Zeitungen, Magazinen. Und das ist so der Einstieg, der Film. Warum kommen die Bilder nach Balingen? Warum sind sie in den Wettbewerb vertreten? Das ist die Jury-Sitzung. Dann gibt es die Ausstellung mit den einzelnen Regionen, mit den Siegerbildern. Die Jury wählt aus vier verschiedenen Kategorien aus. So gibt es die Bereiche Photo of the Year, die Photo Story of the Year, ein sogenanntes Long-Term-Project und ein Open-Format. Außerdem werden die verschiedenen Kontinente und Regionen der Erde thematisiert. Die World Press-Fotoausstellung geht noch bis zum 9. Juni. Geöffnet ist sie täglich. Dienstags und donnerstags hat sie sogar bis 21 Uhr geöffnet. Das war's für heute.